Hallo, hier ist der Mürdin. Wir haben uns überlegt, euch mal langsam unsere Mitglieder, unsere Stammspieler vorzustellen. Damit habe ich überlegt, fangen wir natürlich mit der Bruderschaft, mit der Elite der deutschen Soccer-Community an. Damit das Ganze eine persönliche Note kriegt, habe ich überlegt, dass wir jedem persönlich ein kleines Gedicht schreiben und vortragen. Und wir fangen damit am besten mit dem Hunter an, weil er schon seit Anfang an dabei ist. Mit ihm sind wir bereits durch dick und dünn gegangen und ja, wir beginnen einfach mal. Der Hunter, der ist immer da. Jeder mag ihn, trotz seines roten Haar. Für jeden Spaß ist er zu haben, vor allem der Mürdin macht ihm reinen Seelenschaden. Immer drauf, Mobbing zu jeder Zeit. Aber der Hunter, der duldet, denn Martin ist halt sehr, sehr breit. Alles nur Spaß, so muss es sein, im Gedanken denkt der Hunter. Würdin, du dummes, altes, gemeines Schwein. Allzeit bereit, für die DZC zu kämpfen. Vor lauter Lachen leiden wir unter Bauchlachkrämpfen. Auch seine Frau, die muss als leiden, ist es TeamSpeak an, will sie ihn am liebsten beschneiden. Die DZC, die muss nun steigen, das weiß der Hunter. Und darum lässt er mich so einen Scheiß hier schreiben. In dem Sinne, bis bald und gute Nacht.